Wobei das Arcano mit seinem Auge auch nicht gerade nett aussieht. Da sieht die schwarze Schwule immer noch am nettesten aus. Auch wenn die schwarze Schwule eine Spinne zu sein scheint. Gut, wir haben unsere Hexenmeister. Wir sind der Tod. Lassen wir sie nicht warten. So, die Armee des Todes marschiert. So, die Armee des Todes marschiert wird. Lasst uns kämpfen. Fünf Level noch. Das sind zehn Punkte. Ein Level. Zwei Level. Drei Level. Vier, fünf Level. Bringt das was auf acht? Ja. Das bringt es auf jeden Fall, das auf acht zu bringen. Allein schon wegen den beiden. Ich kann ja mal kurz was Neugier gucken. Warum laufe ich? Echos, Sümpfe, Händlerlager. Was würdest du mir dafür geben? 24 Silber nur. Hat sich also nicht wirklich rentiert. Noor lassen wir sie nicht warten. Vorwärts, Krieger! Vorwärts, Krieger! Die Schlacht ist nahe. Endlich! Ruhm und Ehre! Vorwärts, Krieger! Mal's noch mal speichern. Gebt euren Befehl! Lassen wir sie nicht warten! Silbern glitzert der Tod! Lassen wir sie nicht warten! Gebt euren Befehl! Ruhm und Ehre! Noor entmittelt! Lasst uns kämpfen! Für die Macht Noors! Noor ist mit uns! Vorwärts, Krieger! Noor wird uns lassen! Lassen wir sie nicht kämpfen! Für die Macht Noors! Ruhm und Ehre! Noor ist mit uns! Also ja, Mana, wir gehen noch jetzt zu Glück schnell! Gebt euren Befehl! Für die Ehre und Ehre für die Machtskrieger, die Schlacht ist nahe. Lassen wir sie nicht warten. Vorwärtskrieger, Ruhm und Ehre, Nor ist mit uns. Erfahrungspunkte bringen die leider nicht mehr viel, Scheiben noch. Lassen wir sie nicht warten. Ein ehrloser Hinterhalt. Endlich. Vorwärtskrieger, die Linien dürfen nicht brechen. Gebt euren Befehl. Silbernglitzert der Tod. Eure Gegenwehr ist vergebens. Für die Ehre. Nor wird uns rächen. Ein feiger Angriff. Nor wird uns rächen. Wir sind der Tod. Die Schlacht ist nahe. Silbernglitzert der Tod. Ein ehrloser Hinterhalt. Nor lassen wir sie nicht warten. Endlich. So, wir müssen jetzt unsere Antriebe aufbauen. Silbernglitzert der Tod. Wir sind der Tod. Also ja, vieles aus den Waldschraten nicht auszuholen. Die Schlacht ist nahe. Lassen wir sie nicht warten. Endlich. Nor wird uns rächen. Ein feiger Angriff. Silbernglitzert der Tod. Ein ehrloser Hinterhalt. Ruhm und die Linie dürfen nicht brechen. Endlich. Aber ja, solange wir... Nor wird uns rächen. Wir sind der Tod. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Ruhm und Ehre. Not ist sicher. Nor wird uns rächen. Ein ehrloser Hinterhalt. Vorwärts, Krieger. Nor lassen wir sie nicht warten. Nor ist mit uns. Wir sind der Tod. Für die Macht Nor ist. Die Schlacht ist nahe. Nor wird uns rächen. Ruhm und Ehre. Ein feiger Angriff. Endlich. Eure Gegenwehr ist vergebens. Vorwärts, Krieger. Ein feiger Angriff. Ein ehrloser Hinterhalt. Okay, meine Hexen. Was ist es doch gut? Und drauf ein. Nor lassen wir sie nicht warten. Eure Gegend. Seelisvergebens hat der Tod. Vorwärts, Krieger Nor ist. Okay, Echos, Sümpfe, Worims, Lager. Wenn wir uns schon mal langsam auf den Weg machen. Für die Macht Nor. Nor lassen wir sie nicht warten. Eure Gegenwehr ist vergebens. Nor wird uns rächen. Ein feiger Angriff. Eure Gegenwehr ist vergebens. Gebt eure Silber, glitzert der Tod. Endlich. Eure Gegenwehr ist vergebens. Vorwärts, Krieger. Ein feiger Angriff. Ein feiger Angriff. Okay, wir fangen an Hexenmesse zu verlieren. Das heißt, wir machen mal ernst hier. Die Schlacht ist der Rot. Der Rot ist nur der Anfang. Die Linien dürfen nicht brechen. Linien müssen halten. Der Tod ist nur der Anfang. Lasst uns kämpfen. Ruhm und Ehre. Der Tod ist nur der Anfang. Ein ehrloser Hinterhalt. Wir sind der Tod. Die Schlacht ist nahe. Ein feiger Angriff. Ein ehrloser Hinterhalt. Ruhm und Ehre. Ach, die Orks brücken uns nicht mal. Die Linien dürfen nicht brechen. Gebt euren Befehl. Silbern glitzert der Tod. Die Linien dürfen nicht brechen. Lassen wir sie nicht warten. So, können wir nicht mit dir reden. Wir können auf jeden Fall hier die ganzen Magierrollen aufsammeln. Oh. War der Heilung Stufe 7. Haben wir schon. Den Wolf Stufe 9. Den sparen wir uns mal. So, du bist jetzt ganz allein, ne? Ich lasse euch verblieben, weil ihr uns beigestanden habt. Doch jetzt verschwindet. Ich bin kein Lichtkriecher, den ihr nach Bedarf herumstoßen könnt, Ork. Euer Blut verrinnt ebenso gut im Schlamm wie das dieser Bestien. Ihr magt es mir zu drohen? Ich habe euch gerettet. Euer Leben gehört mir. Nun zahlt den Preis, wie es Brauch ist. Was verlangt ihr? Die Knochen, die ihr tragt. Diesen Plunder? Ja, nehmt ihn. Wenn das euer Preis sein soll, dann ist er mir billig genug. Ja. Damit können wir dann... ...zu Aschkog zurück. Auch ein bisschen was an Erfahrungspunkten, ne? Das ist schon gebracht. ...und ein paar Spruchrollen, die wir verkaufen können. Das heißt, ich nehme jetzt noch das Portal zurück zu... ...Aschkog. ...Schädelfragment, ja. Wir haben jetzt übrigens verdammt viele Blutädelsteine. So, das heißt... ...Bestens Miratour-Gefängnis. Wir sind hier jetzt nämlich endgültig fertig in den Echo-Sümpfen. Ich bin vor allen Dingen mal froh darüber, wenn wir ganz Miratour, also ganz Urgav hinter uns lassen. Selbst zu in Shadow of the Phoenix ist mir nachher lieber als Urgav. Was aber auch ein Pluspunkt ist, dass sie die Gebiete auf Urgav so gut dargestellt haben, dass ich froh bin, wenn ich sie hinter mir habe. Aber ja, ich würde sagen, wir speichern hier jetzt. Und machen einen Cut. Also, bis gleich. Und dann, bis gleich.